Willkommen bei Banyons Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Subject für euch und wir initiieren. Okay, wir sind jetzt zum bewegen und wir wachen auf und können jetzt hier interagten. Protokoll Typ 9 Subjekt X 2102 Okay, nein. Okay, wir können nichts machen. Doch, Prepare Environment. Was? Was ist? Hallo? Was habe ich getan? Section 1 has been activated. Authorized related objectives. Preparation complete. Oh. Ach, schön. Ach, schön. Ja, wie. Hm, eine schöne Wohnung habe ich. Wunderbar. The eyes are watching. Schön. Lebensbeginn durch und durch. Door Handle. Eigentlich würde ich hier nur die Schublade aufmachen. Ach, und Scheiben wischen könnte man Oma. Was ist denn da draußen? Ist das ein Nebenraum oder was? Hey. Dunkel ist das. Hab ich hier eine Taschenlampe? Ne, Taschenlampe. Oh, nicht. Ist ja schön. Ist ja wunderbar. The taped card box that needs to be cut open with something. Okay. Okay. Also alles, was wahrscheinlich mit einem Auge markiert ist, ist ein, ist ein, ist ein, ähm, 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 wie sagt man? Ein benutzbares Item. Oder was? Oder ein interagierbares. Alter. Alter, warum ist das ja nicht so do-cycle? Okay. Die Uhr. Clock without a battery. Okay. Wir müssen eine Batterie finden. Okay, so an die Türen ist so ein Strichcode einfach dran, so Barcode. Und. Zugeschlossen, zugeschlossen. Offen. Die Kerze. Wird man erstmal irgendwie mal Licht anmachen wollen. An electrical box with a breaker. Okay. Uns fehlt also eine Sicherung wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, jetzt ist hier Licht an. Oh Gott. A rough box with a gap for one more. Hier müssen wir anscheinend ein Buch finden. Ne. Ach, ja. Du bist der Benni. Komm hoch. Alles klar. Ja, ja. Ja. Hm. Hm. Warten, 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 warten. Hallo? Oh. Oh. Astratrober, Mann. Ey, mach nicht so was, bitte. Bitte nicht. Oh, ich hab Lichtschalter gefunden. Oh, ich hab Gänsehaut wie Sau. Dankeschön. Oh. Der hat aber ziemlich süß gesessen gerade. So, ich hab irgendwo einen Lichtschalter gefunden für irgendwas. Ist ja, ist ja schön. Also hier so ein Schalterchen. Hier ist zu. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Stuck washing machine that requires a tool to open. Alter, wer fliebt? Wer ist denn hier so ein... So ein... Warum hat man hier so einen Klotz drin, der hier fließt ist? Um eine Waschmaschine aufzustellen. Oh, ich hab hier so einen Klotz drin. So. Okay. Ich, ich sieh gar nichts, Alter. Es ist so fucking duster hier drin. Nischt. Nischt. Kann das hier, kann man hier noch irgendwas machen? Jupp. Ja, wie Faust aufs O, ja. Zandar wirklich. So, was ist denn hier mit der Kerze? Kann ich denn hier rein? Ja, kann ich. Kann ich diese Kerze nehmen? Gibt es hier einen Lichtschalter? Ah! Hier muss der Lichtschalter hin. Hmm. Ja, heute ist ganz vegane Blutwurst gemacht worden hier. Ganz toll. Schön. Zwei. Ah, warte mal. Hier vorne, äh... Hier war... War da nicht so ein Tastenfeld? Zwei. Okay, wir merken uns hier zwei als letztes. Alter, aber das ist denn hier schon wieder viel Schnitzel gemacht worden. Oh, warte mal. Hier kann ich was aufmachen? Ein Buch. Ah, guck mal. Ich hab das Buch... Was? Wer macht denn immer Licht aus? Ich hab das Buch gefunden. Was? Was sind denn das für Mechanismen? Wer macht denn so was? Nimm ein Buch raus und der Fernseher geht an? Was? Der TV? With a missing TV remote. Okay, ich muss die Fernbedienung finden. Nääääh. Und ich hab keine Taschenlampe. Was ist das? Ich möchte eine Taschenlampe haben. Okay, Licht kann ich wieder anmachen? Ist das schön. Licht ist mein Freund. Licht ist gut. Was ist denn? Was haben wir hier? Ein Sharp Cutter. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hier vorne war ein Karton. Da, wo die fiesen Geräusche herkommen. Schön, schön, schön. Kann ich hier mal irgendwie... Was sind denn das für Geräusche? Hallo? Genau, das wollte ich machen. Ach, die Remote Control. So. Ich will einfach hier nur meine entspannte... Mach doch nicht aus. Wer ist denn du? Ah, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Hm, möchte ich nicht. Proto-Specimen has been released into Section 1. Increased Threat Level of Subject. Was wurde hier released? What? 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 Ich möchte nicht, dass hier irgendwas released wird. Ein Handpalmscanner. Schön, schön, schön. So, warte mal. Klo war... Hier. Waschbecken klingt wie ein Klo. Schön, kann man machen. Mach zu. Oh, nee. Möchte weg. Geh weg. War nochmal Draw? War doch hier Schublade oder irgendwas, wa? Nee, hab ich vorhin auch bloß was genommen, ne? Äh, hab ich denn irgendwo... Was ist denn nicht überhaupt... Was... Ach Gott, nee. War so ein komischer Code hier geschrieben, morde? So, wo ist hier... Und ich frage, wie immer, warum ich? Wieso, wieso ich? So, nee, Benni! So, wo ist der Draw? Der Drawer. Ich würde wirklich feiern, wenn ich jetzt hier mal echt ein bisschen mehr Licht hätte. Nur so ein bisschen. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Radio mit einer broken Antenna. Okay, hier brauchen wir eine Antenne. Mann, Alter, muss ich jetzt hier jetzt in der Wohnung zusammenpflücken oder was? Ist das hier vorne irgendwo was? Also, ich würde tatsächlich sagen... Hier ist doch so ein Auge drauf, oder? Das Exit ist auch sehr schwer. Sehr dunkel. Mmh, nachher je. Ich hab wieder Chili. Es ist zwar ein Schild. Was ist das? Nicht. Es war Chili Mittwoch. So, ihr Lieben, wo... Habt ihr irgendwo ein Drawer hier gesehen? Also, das ist doch ein Schreibtisch, oder was? Das ist doch irgendwie sowas in die Richtung, ne? Hallo? Und es ist so dusch, da. Es ist so... Es ist so dusch, da. Aha! Keypad-Button? Ein Keypad-Button? Nein, 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 ne, ne, keine. Bleibt offen hier. Aber hier, warum ist denn jetzt hier kein Licht? Warum ist denn jetzt hier kein Licht? Aha, hier. Hier kommt ein Eins an. Und hier, wissen wir, die letzte Zahl ist noch Zwo. Uah, ihr Kitt, Alter. Ihr ist ja hässlich. Also wirklich. So, haben wir denn noch... Ah, okay. Die zweite Zahl ist die Eins. So, naja, okay. Dann lass uns mal die Zahlen jetzt zusammenpuzzeln irgendwie. Haben wir denn noch irgendwo? Die Aussicht, die fällt mir auch sehr gut hier. Was? Was? Wieso? Ne, Null. Also 1, 0, 2. Okay. 1, 0, 2. Und hier haben wir 2, 1, 0, 2. Okay. Probieren wir es. Also. 2, 1, 0, 2. Oh, yes. Hat funktioniert. Kann ich raus? Ich möchte gehen. Also wir haben 2 Möglichkeiten. A, eine Malerformer macht hier gerade den Flur. Variante B. Oh, ein Irrer ist hier, der uns auf jeden Fall abschlachten will und danach schön sauber machen möchte. Ah. Ah. Valve. Okay. Hier brauchen wir ein Rad. Oh, ich wollte nur fragen. Oh, eine Radioantenne. Eine Radioantenne. Was ist denn hier alles, Alter? Rote Kabel brauche ich hier. Ja, ich bin total durcheinander, was ich jetzt habe, aber was ich nicht habe. Und warum ist das hier so dußer? So, wo war denn jetzt das Radio? Hier. Das Waschmaschinen-Tool. Na schön. Niemann mal die Waschmaschine noch operieren. Wir haben auch kein anderes Problem, als hier die Waschmaschine zu reparieren. Und wir haben das Valve-Handle. Schön. Tschüss, Aufmerksamkeit. Oh, Mann, Alter. Das ist auch fies, ey. Und die nächste schöne Wohnung. Ach, wir sind, äh, das Subjekt. Na, letztes Jahr war ich da. Freue ich mich aber. Dankeschön. Für die Wertschätzung. Hm? We while you still can. Aha. Und der braucht bei Enzien. The noise won't go away. Oh, okay, wir haben jetzt einen Breaker mitgenommen. Können wir noch einen nehmen? Ja. Denn, würde ich sagen, werden wir den mal drüben einsetzen. Äh. Trau dir nicht. Ah, wieder meiner Wohnung. Wer fühlt mich da wohl? Hier ist doch schön. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Mann. Ey. Na, das hat's jetzt aber, das hat's auch voll gebracht jetzt hier nochmal, der zusätzliche Sicherungskasten hier. Wunderbar. Schön. Na, jetzt ist er auch wieder hier. Jetzt leuchtet das da alles in den höchsten Tönen. Mann. Eine Taschenlampe. Warum krieg ich hier keine Taschenlampe? Was gibt's denn? Achso, was gibt's denn hier? It's here. Ah. The fuel. Wollt ich jetzt das Ding wieder mitnehmen? Was immer klemmt, klemmt. So, rote Kabel hab ich noch nicht. Irgendwie ganz froh drüber. So, dann werden wir hier vorne nochmal das fuel reinhauen. Gluck, 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 gluck. So, und Generator. Was sind denn das alles für Maschinen hier? Don't use the mainframe. Make it stop. Ja. Ich würde gerne, dass das hier stoppt, aber ganz zackig. Mainframe Prozessoreinheit. Oh, 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 oh. Hi. Kann ich mir mal das rote Kabel nehmen? Angel. Mach's gut. Einfach. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. So. Rote Kabel. Schön. Wo ist denn das nur wieder? Völlig woanders. Was ist denn ein Klo? Das sieht aus wie so ein Handlüfter da irgendwie auf Toilette, das Ding. Okay, hier brauch ich mal eine Karte. Und hier brauch ich einen Leveler. Oh, ich brauch eine gottverdammte Lampe, ey. Es ist zu duster. Ich seh hier nichts. Ich lauf jetzt hier blind drauf zu. Oh. Oh. Nee, alles gut. Eine Uhr-Batterie. Schön. Hungrig? Oh, Mann, nee, ey. So, dann geh ich mal zurück zur Uhr. Ey, man ist schon wirklich, ich bin dankbar über dieses grüne Licht. Ey, Mutti, na, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ah, Puls ist oben. Absolut, Martin, Alter. Weißt du, mit mir der Stift geht, ey. Was ist erstmal ein kranker Shit? Wer macht denn sowas? Und warum Kofik sowas? Hm. Hallo. Und der Lichtschalter ist da drüben auf der anderen Seite. Wir können mal einfach Flasser abreißen. Ich geh einfach durch. Ich geh durch. Hm, ist kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Mach den nicht dann. Mach aus. Scheiße. Get it out, my head. Get it out. Und das Ding, lass mich raten, soll auf die Statue gesetzt werden? Ja. Na? Mäh. 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 Oh. Oh. Also, die Story finde ich ja gut, wa? Muss ich mal nach, Lisa, das ist ja geil. Ja, lach du nur. Äh. Danke für die Bits. Du Schwein. Vielen Dank, Martin. Aber es ist schlimm, es ist schlimm. So. Ich werde jetzt hier die Skulptur aufsetzen. Den Kopf. Aha. War die nicht hier? Die war doch hier. Wo ist denn die jetzt hin? Why I'm here? Das frag ich mich. Das fragt dich wahrscheinlich gerade jeder. Wieso bin ich hier? Soll ich jetzt hier hin? Oh, never ever würde ich jetzt hier in so ein dunkles Wasser steigen, ey. Hm. Was? Oh Gott. Oh Gott. Shoot. Äh. Alter. Alter. Ah. Ey, das ist mir wirklich heftig. Das ist mir hier wirklich echt heftig. So, dann nimm ich den Leserschwert. Ich heb das her. Ach, das ist ja ein Leveler. Oh. Bitte? Merk, die Sen. Raining Blood. So, schön. Ich würde einfach rausgehen. Ja, okay. Jetzt muss ich jetzt unbekommen. Hm. Schön, schön, schön. Bisschen, es ist nicht wie an ihm, wie die an meine letzten Urlaubsbilder gekommen sind. Aber sie haben sie. Alter, der, der, äh, okay, okay, der, 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 der Wasser schon steigt. Geht mir raus. Oh, jetzt, man, man überlegt mal, ein Blut ertrunken, Alter. Wie krass ist das denn? Mach doch die Tür auf. Mach doch die Tür auf. Mann. Wieso? Okay, reicht das jetzt? Steigt nicht weiter schon mal ins Jude? Muss ich tauchen? Ich will nicht tauchen. Kann ich überhaupt nicht ducken? Nee. 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 Muss ich jetzt hier ungefähr finden? Ah, okay, okay, okay. Das war das Bild. Hallo? Mann, ich habe noch nur verlofen hier. Das ist so eine Scheiße. So, der Leveler war hier hinten, ne? Ach Gott, ich bin ja jetzt hier völlig in der, ich bin ja noch in meiner alten Butze. Warum stehen denn jetzt hier die ganzen Statuen hier? Ah, und überall sind jetzt die, warum sind überall die Statuen? Und jetzt ist es zu? Achso, der Leveler war hier vorne, ne? Hier vorne war er. Bitte? Ich meine, man muss sich mal überlegen, dieses Spielprinzip ist denkbar einfach, ne? Finde ein Objekt, benutze es, krieg das nächste und so weiter und so weiter. Aber das knallt ja sowas von rein, das Game, ey. Oh, nein, jetzt bitte nicht ein Labyrinth, bitte nicht. Macht mir ja nichts aus. Ist, äh, mich nicht einmal erschreckt in dem Spiel. Foto? Dick! Warum? So ein Ficklappen, alter! Mann! Ah, oh Gott! Hm? Hm? Hä? 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 Oh, ich muss erst mal erste Hilfe leisten. Hallo? Guck, na, Füße, was ist, Hände? Okay, immer jetzt im, das ist doch jetzt aber auch nicht so geil hier. Jetzt läuft ich immer im Kreis oder was? Ich kann doch auch nicht des Pudels Kern sein. So, muss hier mit irgendwas interagieren? Was ist hier irgendwas anders als im anderen Raum? Oh, nee. Nein. Könnt, wenn ich mich jetzt umrede, ist da unvertrimmelt. Ich weiß nicht, da ist unvertrimmelt. Ein Robotik-Ei. Ihr könnt jetzt hier hinkotzen, Alter. Wirklich. So, eins, zwei oder drei. Holt. Okay, dann drückt ihr erstmal alle um. Aha, verstehe. So, in der Mitte geht nicht. So. Und wenn ihr jetzt sitzt, jetzt... Ja, da unten ist Käse. Hm, scheiße, das funktioniert nicht. So, jetzt. Ah, nee, jetzt gehen sie nicht wieder zu. Schade. Das wäre doch gewesen. Das wäre es doch gewesen. Nee. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Achso, warte mal. Ja, da könnt ihr gerne natürlich hier... Nee, da geht natürlich nicht. Scheiße. Du kannst öffnen, aber nicht mehr schließen. So. Achso, dann könnt ihr natürlich eins, zwei, drei probieren. Okay. Gut, es war doch eine völlig andere Lösung. Kann man machen. Und du gibst mir die ekelhafte Hand für den Handkantenleser. Das ist doch... Das ist... Handkantenleser? Was ist denn Handkantenleser? Hm. Zugang gewährt. So, warte mal. Ich muss hier lang. Nein. Ich muss da lang. Ey, jetzt bitte erspart mir das jetzt hier. Jetzt nicht so... Nicht nur noch so eine krasse Scheiße jetzt hier. So, was für eine Hand ist das... Was scanne ich denn? Warum? Ah, eine Keycard. Okay. Na klar. Ich hab jetzt... Die Keycard. So, die benutze ich hier am Keycard-Laser. So, die benutze ich jetzt raus. Na? Du bist halt aus dem Video. Und hier ist der... Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? So, warte mal. Wo musste die Unit eingesetzt werden? Die war doch hier hinten, ne? Ja, hier hinten. Ah, nee. Ist hier hinten. Licht ist mein Freund. Licht ist... Hallo. Na? So, dir geht's wieder gut, ne? Vorhin hast du ein bisschen geschlafen, ne? So, die setzen wir hier ein. Und dann ist so hoffentlich jetzt der Drops gelutscht. Schiff, du Mann. Schiff, wo soll ich denn hinrennen? Wo soll ich denn hinrennen? Mann, warum denn... Oh. Warum denn jetzt noch sowas? Wohin? 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 Nein, 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 nein. Und ich bin in dem Rauchbegriff eingefangen ab und... Ja. Möchte aufhören. Deaktivieren bitte. Alt E4. Aber takkig. Mach aus die Scheiße. Ich will sie... Ah! Schön! Schön! Danke! Ich muss jetzt gehen. Äh. Schön, dass hier eine Lampe ist. Oh. Hä? Hä? Alter, ich schwöre bei Gott. Irgendwie diese... Game ist so düster. Ich sehe noch nicht mal, was hier ist. Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with protocol 9 evaluation. What? Calculate result of experiment cycle 13. Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without deviation. Analyze, examine, properties of subject within human database 5. No extraordinary physical or psychic abilities have been observed. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. Conclusion. Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Agreed. Agreed. Evaluation complete. Prepare protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Recommend disposal. Reconsideration. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony X67P. Affirmative. Subject will be transferred to X67P. Irgendwann steht da nicht hin. Wo ist denn X67P? Was? Was? Ah! Okay, Alter. Die haben uns einfach den Kopf abgesäbelt. Ist ja ein bisschen wie bei Füncherama jetzt hier. Und da sind wir. Schön. Ganz toll. Na, das hat ja Spaß gemacht. Spaß für die ganze Familie. Super. Alter, was für ein Game. Und, äh, das war's. Es war fürchterlich. Ey, lasst auf jeden Fall ein Abo für das Ding mal hier. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das war schrecklich. Schrecklich. Ich möchte sowas nicht normal mit euch machen. Und wende mit euch zusammen, ihr Lieben. Also. Geht ruhig in den anderen Raum. Holt noch ein Buch. Stellt es hier drüben hin irgendwie. Nehmt eine Hand. Packt den da hin. Und lasst vor allen Dingen nachher den gefundenen Daumen nach oben da. Bis dahin. Ich lese euch unter dem Video mit euren tollen Kommentaren. Bis dahin. Ciao, ciao.